Vegeta ist sauer, Freunde! Willkommen zurück hier zu Dragon Ball Sinnoverse! Ja, aber wir sollen das doch gut Gutes machen! Soll ich einen Plan machen? Na von mir aus... Ja, sowohl dazu! Uah! Daneben! Uah! Alter! Da gibt's viel Power drauf! So! Ein cooler Combo, wa? Äh, cooler Combo sag ich schon! Cooler Return natürlich! Äh, ja! Daneben! Was? Wieso bin ich... Wieso bin ich hinter mir? Ich hab wieder 3 Leistenvoller, Teleportieren klappt wieder nicht! Ich verstehe das Cup-System nicht, Freunde! Könnt ihr sagen, was ihr wollt! Das ist nicht so, wie ich's mir gewünscht habe! Aber sowieso, abgesehen davon, von wegen der irgendwie im ersten Part noch was irgendwie hieß, ähm, also... natürlich halt von mir hieß, aber allgemein hieß es ja... Kampfsystem so wie in... Budokai! Ja, Budokai-Style, von wegen! Ich hab die ganze nur blocken, ne? Ist ja kein Problem! Dann soll ich aber schnell kontern, aber ist halt trotzdem doof! Ähm... Energie-Kapsel! Die bringt's aber eigentlich noch eine! Äh... Nicht mehr, klar! Keine mehr! Bringt nix! Und Doppel-Kombi! Aua! Muss er in der Lage sein, dass ein Angriff direkt zu kontern? Dann geht das jetzt... Ist sowieso seltsam! Teilweise kann ich nicht teleportieren, aber wiederum nicht! Seht ihr, zum Beispiel geht's auch wieder! Ich glaub's niemand die gleiche, die wär's nicht irgendwie plötzlich! Und Fight to Fight! Ich mein, noch schöner! Gut, ich denke mal, ich überlasse Goku das Ganze wahr und werde Vegeta ein bisschen auf Distanz halten. Das wird wohl die besseren Strategien sein! Ups! Ups! Das war die falsche Kombi! Das war die falsche Kombi! Das wäre die richtige! Oder trotzdem nicht viel! Nein! Verdammt! Wir sind wieder weg! Das tat weh! Was, Vegeta? Haha! Du Arsch mit Ohren! Und Tschüss! Das hat ja keinen Kiefer brauchen! Da muss ich mich auch erst noch gewöhnen! Boah, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich mag dich nicht! Nein! Aua! Der Drift direkt von hinten! Boah, Alter! Macht der einen Damage, ey! Was? Wollt's schon sagen? Hm! Ja, come on! Hier bin ich! Was? Wow! Was ist gerade? Mann! Teleporten schon wieder nicht? Also, wie gesagt. Es ist und bleibt crazy! Also, ich kann... Genau! Den Finisher kam noch! Geschafft! Ja, ich bin auch geschafft! Man zieht den Granaten! Der hat mich schön... ...dass in den Rang... Also war ich gar nicht mal so schlecht! Hm... Crazy! Schroger! Du hast nicht mehr rausgebracht, doch! Warum schreien mich zu schreien? Es ist egal! Was? Was? Next time... I'll... I'll... I'll beat him... On my own. Thank you. Not bad, not bad. Ja, bloß wie lange? Still... Why did something like this even happen? Das ist ne gute Frage. It should be impossible. You can't change history like this. Äh... Sag's ausgerechnet du! Hm... Tja, sag ich ja, äh... Wer ist da? Oh! Hello! Hello there! This is the Master of the Time Nest. She's the Supreme Kai of Time! And a very important person. She manages the flow of time throughout the entire universe, keeping a close eye on history and protection. What the... What are you doing? Brrrr... Hee! Really? Just what in the heck do you think you're doing? Brrrr... Brrrr... What is your deal today? Are you using my head as a perch now? Hee! Hee! Shut up! I don't care if you're mad. I demand an apology. You're heavier than you look, you know. Uh... 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 From me out. I hope you've seen the scene. Oh jeez. Ja. Kaioshin in the Zeit. Wie gesagt, I hope you've seen the scene. Kann's, eh. So you're just trying to get rid of it. If you're just trying to get rid of it. If you're just trying to get rid of it. Obwohl it's actually not for the game. But, yeah. Äh... Kaioshin in the Zeit. Weibler Kaioshin. Kindlich. Ja. Kind. Ähm... Supreme Kai of Time? Oh! Äh... Anyhow. You must be the warrior Shinran summoned. I'm the Supreme Kai of Time. Nice to meet you. Äh... Hello! Die Stimme kenne ich doch irgendwo her. Ein anderer Dragon Ball Charakter mit der gleichen Stimme. Aber wer denn bloß? Ne, brüllen wir nicht. Shiji glaube ich auch nicht. Vielleicht wie der? Äh... Ja. Vielleicht. Toki Toki. Aha. Äh... Danke Danke. Thank you very much. Sadly... Until we find the cause... This is far from over. What the... What in the world is happening? Seems there are two time travelers. With strange energy. And they're maybe... messing with the flow of time. I don't know what they're up to, but I'll tell you what. I have a bad feeling about this. A time traveling duo? Who could that be? Let's start by finding them. Let's do this. Oh... Let's do this. Vielen Dank... Oh... Okay... Ah... Okay... Okay... ... ... ... ... ... Ja, wie gesagt, machen wir alles noch, aber erst wenn ich da viel besser bin, also vermute ich erst nach der Hauptstory, wa? Du kannst auch anderes Spiel zu Favoriten hinzufügen oder sie zu kämpfen herausfordern. Du kannst sie über den Spieldatenbildschirm in dein Team einladen oder hinzufügen, zu Favoriten hinzufügen oder herausfordern. Also eigentlich alles mögliche. Gut, wir gehen hier mal gucken, kann ich sagen, machen direkt weiter mit Trunks Quest, aber wie gesagt, ich habe Freunde irgendwo Kredien gesehen. Als wir das Spiel neu gestartet haben. Und hier waren noch ein paar Souvenirs hinzu, also äh. Charles. Charles. Servus. Hä? Hä? Quatschen? Okay, vielleicht werde ich da keine Online verbinden. Ne, müsste ich da mal eigentlich haben. Die Evelyn will grad nicht, okay, äh, von mir aus. Ja doch, ich kann auch quatschen, cool. Ich habe jetzt irgendwo hinten Kredien gesehen vorhin, aber äh, was ist er weg? Scheimkleister. Das kann doch nicht sein, wo ist Kredien hin? Das ist doch so wies. Was? Alter, ist der oder die klein? Die quatschen alle auch nicht, hä? Hat ich hier noch falsch? Ursula! Äh, ja gut, zwar gehts nicht mal hin, kann ich wissen was. Stirb, Stirb, Raketen, Salbe, schön. Dekutieren. 50.000 Level 60. Das gehört mich mal. Nur später. Raum 10, Zustellungen. Kann man Geschenke nicht ansehen, dann nicht mit dem Gesinn, wer es verbunden ist. Muss mit dem Gesinn, wer es verbunden ist. Oh mein Gott. Das auch noch. Äh, wo wollte ich jetzt hin? Industriegebiet, genau. Denn wir brauchen noch ein paar Items. Was sag ich eigentlich Kohle? Level 7, 2010. Na ja. Wird's schon gut gehen. Hucki, 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 Hucki. Hi Eric! Komek? Wendl? Schon schon! Alle quatschen nicht. Mann, ich fühle mich so ausgegrenzt. Du du... Umiu! Oder mich schlägt noch nicht. Wie geht's? Was macht ihr hier? Hey Kumpel, wie geht's? Wir sind doch Brüder im Geisten, wahr? Oh, ich meinte, wir hatten ja Kampfsportmann eine einzelne Geschichte. Du wirst gelegen haben, viele von den Toki-Toki-Stadt zu sehen. Ist klar. Ich weiss, wenn sie uns dann schätzen. Nehmen sie dich an den Schüler und trainieren dich. Cool. Du bist eben ein Schüler. Darauf dann meist eine Z-Hilfe. Ich weiss, hat dich gelehrt? Stärk deinen Angriff. Ey, geil. Du musst dir erst mal mit dem Trunk soviel hält. Du siehst nicht völlig hilflos aus. Vielleicht hat er teilweise recht. Name ist Vegeta. Du wärst ein guter Trainingspartner. Willst du ein Schüler werden? Mal so ein Blick. Falls wir in Ruhe darüber reden. Mir ist egal, wo wir sind oder wer du bist. Ich muss nur wissen, ob du ein hartes Training überleben kannst. Wenn man Schüler sein will, musst du deine Fähigkeiten sehen. Klar. Wer bist du? Du bist nicht mal Level 8. Nein, verdammt. Das wär so geil gewesen. Dann hat er sogar noch Gokus Schüler. Okay. Doch ich muss sagen, das Spiel gefällt mir immer mehr und mehr besser. Also, sag's mal so. Die Overworld und dann die Geschichte gefällt mir extrem geiles. Grafik-Style kann man auch darüber reden. Ist gar kein Problem. Aber das Kampfsystem. Ja, das ist nicht unbedingt meins. Aber gut. Ein bisschen was anderes hier war. Kalins Oran-Tempel-G. Key hoch. Key Explosions-Superangriff. Der Rest ein bisschen runter. Kampfanzug gerade jetzt. Das ist ja teuer. Key Explosions-Superangriff raus. Weiß ich auch nicht. Tension Dance-G. Von mir aus. Ich bin nur etwas, wo alles blau wäre. Glaub ich nicht. Wir wären ein bisschen zu overdressed. Ich habe keine Ahnung. Freezers rachen. Oh Mann, das ist doch krass. Ich mach mich nass. Ah ja. Nice to meet you. Ein Reisshut, bitte was? Ist deutsch und einfach grossartig. Reisshut? Nein, ich weiss ja nicht. Scouter als Modell. Altes, altes. Naja. Alter, sind die teuer? Wollen wir verarschen? Wir trinken mehr Kohle. Aber es soll generell ein Problem sein, bei Sinoverse viel Kohle zu kriegen, beziehungsweise überall irgendwelche Glitches und so, wo man halt mehr Kohle haben möchte. Ich habe noch vier Stück. Verarschen? Okay, dann gehe ich das Kirchenwind wieder auf. Äh, das kann nicht schaden, gross alter. Defensivkraft im Inneren, das kann auch nicht schaden, wa? Wissen was? Ich glaube, von allem wissen was. Gibt sicher Schlimmeres. So, Gegengilfe. Eigentlich nicht. Noch nicht. Nrg-Splitter. So verwandeln. Heiligkräftige General-Splitter. Das kommt mir glaube ich später noch. Einfach dozieren. Ne, aktuell haben wir schon cool. Bleiben wir auch so. Nice to meet you. Jaja, Schnauze. Äh, anpassen. In die Tasche. Aha. Daaaaten. Du 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 du. Oh, 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 oh. So wenig los, ey. Äh, kann man wegwechseln. Dann die Kapseln. Okay, dann kann ich auf nur einen Programm einsetzen, wa? Gut, kein Problem. Machen wir einen Kaufkapseln. Auerkapseln noch. Cool. At-Bude-Booster. 3.9 noch. Machen wir mal. Schlag-Super-Angriff. Der muss einfach. Wenn ich schon so nahe bin. Ne, die Ausdauer braucht mehr Ausdauer. Da geht sonst nix. Das ist sonst alles doof. Das ist schon was Neues. Ne. Wollte schon sagen. Und hier das Neues bereits. Ne, wir müssen natürlich auch noch alles kaufen, wa? Wenn doch bloß schon die Kohle hätten. Das ist aber echt noch geil für nehm Spiel. So lange wie noch, ich hätte irgendwo mal einen Fehler gemacht. Bei den Aufnahmen und so. Kann durchaus mal passieren, oder? Und ich müsste irgendwie nochmal etwas nachzocken. Kein Problem, kann ich machen. Nämlich halt einfach nochmal in die Zeitkammer gehen und dort halt bereits abgeschlossene Quests nochmal zeigen. Und so komplett. Ich muss natürlich auch sagen, das ist ein riesen Vorteil. Vor allem halt für Let's Player. Und auch generell halt, wenn ich spät nochmal Bock habe, so an die Geschichte nochmal nachzuzocken. Und im Schluss denkst du irgendwie so ein... Ja. Irgendwie so ein Quick-Wand. Im Sinne von, ja, jetzt sind wir super stark mit. So, schaffe ich doch irgendwie Handlung drehen. Alles kein Problem. Gut. Vor allem, wenn wir noch etwas mit 5 Minuten sein, weil ich sage, wir gehen nochmal rein. Alter, ist das schon schnell, ey. Und Schriftwoller, wir haben zwei Seiten der Geschichte gefunden. Da hast du gesagt, Zeitpatrouille, Logo. Verstehen. Dann kämen wir zur Zeitkammer zurück. Ja, 762. Äh... Okay, Aufnahme, wa? Hä? Hm? Hm? Change now! No! Kamehameha! What? Father? Father is Ginyu! Nein. Ich meine... Ginyu's Father? Sorry. Aber ich... Ich brauche Sie, um mit meinem Vater zu sprechen. Kein Problem! Alter, was für eine verrückte Zeitlinie wieder mal. Die ganze Ginyu-Force auf einen Haufen, okay? Ah, schon besser. Rekuum! Better! Geist! Go now! Ginyu! Geist! 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 Die Ginyu-Force! Geist! Die Ginyu. Die Ginyu-Force! Die Ginyu-Force! Kling! Die Ginyu-Force! Die Ginyu-Force! Das habe ich irgendwie ein bisschen anders in der Redung, Alter. Verdammt, ich habe noch ein bisschen. Komm schon, teleporten. Vorredet mal, Alter. Wir wissen, dass er kann, aber ich kann es nicht, hallo? Sag mal! Hm, toll, wo sind jetzt die anderen? Ich meine, ich sehe da eigentlich nur Hinyu. Äh, ja, Sensor aktiviert und nie aufgeben. Wer in der Hölle bist du? Freunde, die sind irgendwie zu stark. Ich muss noch mal ganz kurz einen neuen Versuch starten. Das Ginyu haben wir gerade ein bisschen zu viel abgezogen. Ja, bis wir weitergehen mit der Ginyu Force mit Vegeta, Goku, unsere Freunde. Und natürlich einen ganzen Haufen sind wieder das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.